Hi! Was geht ab? Hier ist wieder euer Simon Desu! Und ja Leute, ich weiß, ich muss mal wieder mein Ansatz werben. Das geht sogar schon so weit, dass ich mir überlegt habe, darüber einen Song zu machen. Aber das wäre ein bisschen zu viel, oder? Ja! Ja! You know who it is! It's your boy Daisy! All about der Ansatz, man! Und ich sag mit mir, kann es sein, dass du so ein neues Varsager weißt bist. Und jetzt als du kommst, sag ich nein, dann fährt mal dein Ansatz. Nein! Dann fährt mal dein Ansatz! Wie kann es sein, dass es dazu kommt? Yeah! Dass es dazu kommt! Dann geht mal mit dein Ansatz! Yeah! Dann geht mal mit dein Ansatz! Hallo! Naaah! Lassen wir das lieber! Und zwar hab ich heute für euch ein Top 7 Dinge, die die meisten Menschen nicht tun können! Fangen wir direkt an! Nummer 1! Mit der Zunge Tricks machen! Ihr könnt ja die Sache auch mal mitprobieren, das war ja das erste Tricks mit der Zunge machen! Das kann nämlich fast keiner! Wer kann es? Und now for the ladies Die ladies lieben das Nummer 2 Die Nase mit der Zunge berühren Und zwar können die Nase mit der Zunge berühren Nur 10% der Menschheit Ich auf keinen Fall Ich hab auch nie verstanden wie die Leute das können Nee, das wird leider nichts Nummer 3 Mit der Nase wackeln Auch mit der Nase wackeln können nur sehr, sehr wenig Menschen auf der Welt Und wer kann es mal wieder Ja, for real, man Any questions? Any questions? Bei mir ist das Problem, dass ich immer mit der Nase wackele Wenn ich mein Lachen verkneifen muss Deswegen kann ich auch so schlecht lügen Katja Krasowicz ist für mich die Schönste Und auf keinen Fall nuttig Nummer 4 Den eigenen Penis in den Mund stecken Das ist wirklich eine Sache, die auch sehr wenig Leute können Höchstwahrscheinlich auch nur die Jungs von euch da draußen Den Mädchen, äh, glaub ich eher nicht Hoff ich Ich weiß, dass ich das mal als Kind probiert habe Und dann Ich war so auf dem Toilette Und dann Hab ich so versucht Ist das schwul, wenn man so einen Penis im Mund nehmen will Ich hab's versucht Und versucht Ich geh so auf den Krampf so runter Und hab so Während ich so runtergegangen bin So einen Krampf an der Seite bekommen Und dann hing ich da so Au Aber ich hab's nicht geschafft Aber eigentlich müsste ich das schaffen Denn mein Penis ist ja so Das heißt Ich hab's nur nicht geschafft Weil mein Penis hier auf meinen Hinterkopf geknallt hat Wisst ihr Deswegen konnte ich nicht so hoch Ja, ja Das, äh Das auf jeden Fall Nummer 6 Sich selbst kitzeln Es ist bewiesen Dass sich fast kein Mensch selbst kitzeln kann Die Frage ist auch eigentlich Wozu sollte man das können Und ich stell mir auf die Frage Wie würde das aussehen Ach Mir ist langweilig Ich glaub, ich kitzel mich mal selber Stopp, Simon Simon, stopp Ich hab gesagt, stopp Ey Wow Digga, hast du mich gerade geschlagen? Wichser, Alter Bleib ruhig, Simon Wow, ey Entspann nicht Entspann nicht, Digga Ey Oh, fuck Digga Ich hab mich gerade echt selbst doll geschlagen, Digga Das tut gerade echt ein bisschen Ne, Digga Das tut echt weh, Digga Scheiße Nummer 7 Eine Augenbraue in die Höhe Also Leute Da muss ich auf jeden Fall sagen Ich kann das Denn ich war früher ein richtig großer Fan von The Rock The Rock Ihr wisst, ich kann das R nicht aussprechen, ne The Rock Ihr wisst, will ich meinen Deswegen kann ich meine Augenbraue hoch machen Seht selbst If you smell What The Rock Is cooking Ich war, ich hab keinen lebensgroßen Pappaufsteller von The Rocks zu Hause Nein Ja What The Rock Is cooking Nummer 8 Seinen eigenen Ellenbogen lecken So Leute Das ist auch eine Sache Die viele von euch wahrscheinlich auch schon mal versucht haben Und zwar ist es sehr unwahrscheinlich Dass du es kannst Eigentlich kann es keiner Aber ich kann es mal probieren Wie weit ich komme Also ich kann es auf jeden Fall nicht Ich glaube mal Ihr habt es gerade auch selbst probiert, oder Wenn ihr es selbst probiert habt Lasst doch mal einen Daumen hoch da Ja, habt ihr selbst probiert So Leute Das war es auch mit dem Video Top 8 Eigentlich wollte ich Top 7 machen, oder Noch eine Sache Und zwar Diesen Sonntag mache ich einen Livestream auf YouNow Um 19 Uhr Also seid dabei Link findet ihr in der Beschreibung 19 Uhr Livestream auf YouNow Eine Stunde lang Könnt ihr mir Fragen stellen Ich beantworte Blablabladies Drum und dran Also seid dabei Folgt mir auf Instagram Mein Name findet ihr hier Follow me Und wir sehen uns im nächsten Video Peace Daniel 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 Du fährt mal dein Ansatz Nein Du fährt mal dein Ansatz Ne, im Ernst jetzt Fährt mal dein Ansatz